SOMBO AG Bei der SOMBO AG kommen nicht nur Kinder ins Schwärmen. Ferngesteuerte Autos, herzige Plüschtier und fantasievolle Partyartikel sorgen für Spiel und Spass bei Gross und Klein. Für die Bewirtschaftung der über 11'000 Artikel hat Roman Dettweiler, IT-Leiter der SOMBO AG, ein modernes ERP-System gesucht. Dort ist es so, dass wir eine Mobile Office-Lösung gebraucht haben, die wir scannen können. Zudem ist ein Webshop ein Kriterium gewesen. Die klassische Auftragsbearbeitung und Lagerabwicklung. Schnittstellen wie EDI und CSV waren ganz wichtig. Geschäftsprozesse effizient abwickeln und flexibel auf Veränderungen reagieren können, waren zentrale Anliegen. Die SOMBO AG hat darum verschiedene ERP-Anbieten unter die Lupe genommen. Schlussendlich hat man sich für das Schweizer Softwareunternehmen OPAC entschieden. Sie hatten sehr gute Referenzkunden auch in unserer Branche, was mich sehr überzeugt hat. Sie haben viele langjährige Mitarbeiter, die ich auch in der Evaluationsphase habe dürfen kennenlernen. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Die Anwender schätzen die moderne Benutzeroberfläche und die flexiblen Auswertungsmöglichkeiten von OPAC ERP. Als man die alte Software abgelöst hat, ging es in einer ersten Phase darum, Systeme für einen unterbruchfreien Betrieb einzurichten. In einer zweiten Phase haben wir die ganzen Funktionalitäten von OPAC besser kennengelernt und uns weiterentwickelt. Heute ist OPAC ERP die Plattform für uns, die uns ermöglicht, das ganze Kundenpotenzial voll auszuschöpfen. Bei der SOMBO AG versteht man etwas für Spiel und Spass. Auch wenn das Business alles andere als ein Kinderspiel ist, sorgt OPAC ERP dafür, dass beim Arbeiten die Freude nicht zu kurz kommt. Das ist eine gute Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017